Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, in dem eine Frage beantwortet wird, die Sie mir hinterlassen haben, um zu sehen, ob ein Fehler im PCV-Ventil dazu führen kann, dass das Fahrzeug dort Öl verliert. Sehe, wenn das PCV-Ventil ausfällt, können zwei Dinge passieren, ich habe auch mehrere Videos dazu dort im Kanal. Es kann passieren, dass erstens das Ventil verstopft, dann hat der Motor einen Überdruck, das ist das PCV-Ventil und bei diesem Fahrzeug kann es passieren. Wie gesagt, es hat einen Überdruck, der sich auf den Motor und die Fahrzeuge auswirkt, die einen Turbo haben, da er auch den Turbo beeinflusst, weil sie das Öl, das zur Schmierung verwendet wird, nicht gut zirkulieren lassen. Und es kann passieren, was normalerweise bei diesen Fahrzeugen passiert. Dies ist von einem Opel, bei diesen Fahrzeugen tritt das Problem auf, dies ist ein Benzin-Opel, ist, das hier. Wenn das Ventil beschädigt ist, was normalerweise passiert, dass die innere Membran zu schau, ob ich dich finden kann und hinterlasse dir einen Link, den ich muss hallo, mit den Ventilen, sorry, mit der internen Membran, die gebrochen ist. Diese Membran reißt und nicht nur die Gase aus dem Motor treten aus, sondern auch das Motoröl würde austreten. Und Ihnen kann das Öl in diesem Motor ausgehen, ok, nun?